Fünf Prominente stellen sich der großen Geo-Mission. Diese fünf sind für uns nämlich auf fünf verschiedene Kontinente gereist. Um einige Missionen beneide ich sie sehr, um andere so gar nicht. Jetzt müssen sie ihr Wissen bei Geo-Experte Dirk Steffens unter Beweis stellen. Die Welt mit anderen Augen sehen. Elefanten haben vier Knie. Stimmt das? Das hat mir keiner gesagt, dass das so schwierig ist. Die große Geo-Show mit Sonja Zietlow und Dirk Steffens. Samstag, 20.15 Uhr.